Mein Name ist Raul Krauthausen. Ich bin Gründer, Moderator und Aktivist und interessiere mich vor allem für die sozialen Lebensaspekte. Dieses Mal bin ich dem Thema Altersarmut auf der Spur. Ich bin Maria, bin 27 Jahre alt. Ich verlasse mich, glaube ich, ein bisschen sehr auf die gesetzliche Rente. Mein Name ist Peter, ich bin 69 Jahre alt. Mit der Armut habe ich auch Freunde verloren. Im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber gilt das auch für alte Menschen?